Badischer Wein von der Sonne verwöhnt. Das verbindet einfach alle. Da wo Wein ist, da ist Freude und dementsprechend kann man wirklich sagen, dass da eine extreme Passion und Leidenschaft der Winzerinnen und Winzer einfach hinter diesem Produkt steht und das transportiert sich auch einfach auf die Lebensfreude selbst, die sie aufstrahlen. The wine-growing region Baden extends over 400 km from the River Taube in the north and alongside the Rhine to Lake Constance in the south. It's Germany's southernmost wine-growing region. The Badischer Weinstraße, the Baden Wine Trail, is a route well worth exploring. It connects major parts of the wine-growing region from the north down to the Swiss border. Vibrant cities such as Heidelberg and Freiburg. But heavens of peace as well, such as the Kaiserstuhl region or Lake Constance. Everybody will find their place here. The wines are just as diverse as the region itself. Wir haben sehr fruchtige, aromatische Weine. The grape varieties of the Burgunder family or Pinots are dominant. This Burgunder-Mentalität nenne ich es jetzt mal, was einfach zu baden passt und wir hier die idealen Voraussetzungen für haben. Spätburgunder or Pinot Noir, for instance, is vinified in lots of different ways here, even as a Rosé. It has such a light color, because the grapes only have skin contact for a couple of hours. Da muss eigentlich jeder mal nach Baden kommen und unsere Rotweine probieren, weil das ganz viele verschiedene Wein-Stilistiken gibt. Es gibt natürlich die schönen, etwas leichteren Rotweine, die etwas fruchtiger ausgebaut sind. Wir haben aber auch richtig tolle, kräftige, auch farblich, sehr rubinrote, durchgefärbte Weine, die oft auch ein bisschen eigentlich den internationalen Kollegen Konkurrenz machen können. Naturally, white wine lovers find excellent versions here, and Baden's Eaters also offer an unparalleled broad range of excellent choices. Man bekommt rustikale Küche, der klassische Flammkuchen in der Strausenwirtschaft, aber auch die gehobene Küche, beispielsweise in der Sternegastronomie, die wir hier haben. And on top of it all, you get Baden's authentic Savoir Vivre for free. Zürpfle-Mur, Schnittsuffe, das heißt eigentlich auf gut Deutsch, man soll immer schön verkosten, man soll nicht zu viel trinken, weil sonst würde man ja nicht alles verkosten können. verteid. Zürpfle-Mur. Zürfle-Mur. Untertitelung des ZDF, 2020